Willkommen bei einer weiteren Runde Zocken mit den Mädels. Jetzt mal wieder in der Kluft. Heute dabei entsprechend Firebug, Vivox, Zefiel, Mormagil ist auch da, mein guter Freund. Und ich bin mal wieder im Jungle. Bist du irgendwie einsam momentan? Nein, ich will das nur betonen, damit ich mir das nicht immer anhören muss. Alles klar. Aber Gao, das ist sehr nett, dass du sagst, dass wir, soll ich dich Rangun oder Gao weh nennen? Was ist dir lieber? Weil Gao hört sich doof an, deswegen sag ich Gao weh. Und freut mich, dass du uns nett findest. Noch. Noch. Nein, Spaß. Rangun. Hey Deadline, schön, dass du da bist. Hi. Hallo. Tüpfel API, schön, dass du auch da bist. Willkommen jetzt alle einzeln hier? Ja, scheinbar. Ja, mein Gott. Komm lol jetzt direkt in den Stream. Ja, warum auch nicht? Was, die Leute von Grad oder was? Ja, ja, klar. Tüpfel war der, ich glaub der, der Käpt'n Schleckschlurp. Äh. Ja, doch, müsste eigentlich sein, ich meine schon. SchunoCast, hi, schön, dass du da bist. Und. Und. Da wird schon direkt gelacht. Ähm. Wie gesagt, ich krieg nicht mit, was im Chat steht, ne? Wenn irgendwas ist, dann müsst ihr mir das leider vorlesen. Ist ja, Henning. Wenn's irgendwas ist, was, äh, klar, mach ich, ne? Warum lasst die sagen, du hast die geklatscht? Ja, pfff, keine Ahnung. Das war ja das, ich wollte gerade sagen, das war das komplett, wenn ihr es nochmal sehen wollt, keine Sorge, das landet auf YouTube, da könnt ihr es nochmal dann genau sehen, aus unserer Perspektive. Ähm. Achso, ich sollte topfen, ne? Ach, echt? Hätte ich nicht gedacht. Nein, du bist nur unten. Richtig. Und, äh, allgemein kann man mich adden, oder kann man uns adden, so in der Form. Wichtig ist nur, dass ihr dann eure, äh, nah mich mal gut, hatten wir ja gerade als solches, nochmal uns irgendwo zukommen lasst, weil, äh, weil man ansonsten halt auch immer so ein bisschen gucken muss. Will man den Niederlage immer wieder ansehen, schreibt der Tüpfel. Ja, dann, das geht doch ganz einfach. Einfach unten bei, äh, bei den Kontaktsachen da gucken, wo der YouTube-Shirt, Channel von Narvain ist, und den einfach abonnieren. Genau, richtig. Würd'n bisschen dauern, bis die Folge hochgeladen ist. Ich hab' noch ein bisschen was in der Pipeline, aber, ist ja nicht schlimm. Hast du vergessen einzukaufen? Was? Wert vergessen einzukaufen. Ich hab' nur den Walk vergessen. Den Rest hatte ich. Ja, ja, ja. Da ist der Walk of Shame. Da ist der Walk of Shame. Die Kamera ist auf dir und lastet auf dir. Da, 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 da. Da, da, da. Hey. Cati, Cati. Hilfe. Ich, ich möchte mein Leash haben. Die Hilfe. Aber du bist doch da gar nicht. Ja, aber der steht im Fluss da und sagt, allen Hilfe. Ja, hallo, bin ich da? Guck mal, der, er ist da, ich hau drauf. Also, ja. Ähm. Also, wie. Das reicht ja wohl, oder? Auch hier. Das reicht. Genau. Richtig. Ihr könnt aber auch einfach unten in der Info entsprechend schauen. Da ist der Channel auch so in der Form verlinkt. Einfach auf den Button drücken. Genau. Einfach auf Utobe. Utobe. Auf Lebuton? Lebuton. Genau. Guck mal, hier ist ein Minion. Was, wo ist ein Minion? Sehe ich nicht, du hast mich belogen. Hier sind ganz viele. Aber, 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 du kommst ja aus dem Jungle, da kennst du das noch. Oh, ich glaube, ich war schon wieder zu schnell im Jungle unterwegs. Das könnte sein, dass die Wölfe mich jetzt wieder machen. Ich hoffe nicht. Er und seine Herdentiere, die ihn immer machen. Hey. 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 Also, so ist das ja nicht, ja? Nicht ganz. Das halte ich für ein Gerücht. Diese Töme von Heimardinger, die zählen nicht als Lastes, ne? Doch. Doch. Das ist aber kein getöteter Vassal im Aram. Ne, das nicht, aber es zählt, es zählt trotzdem als Creepscore. Ähm, wie ist der, hat der hier ein Ward drin, aber dann könnten wir den versuchen zu machen. Ja, können wir machen. Alles klar. Ja, können wir machen. Komm mal so, äh, rück. Hallo. Ach, nicht so langsam. Nice. Komm, 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 komm. Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Nein, das gibt's noch nicht. Pass auf, der zieht jetzt, ich wollte gerade sagen, deiner, dir, die... Kanone auf den Kopf. Oh Gott. Ach, Kanone, sag ich schon, die, die... Oh Gott. Lass mich. Das wird ein tolles Mensch. Ich, äh... Ich komm weg. Oh Gott, viele Zuschauer, die lenken ihn ab. Nein. So. Er ist diese Berühmtheit nicht gewohnt. Ah, Quatsch. Ich bin da weggekommen, hallo? Easy Game, Fizz. Oh, wie ein Killerwassal. Killerwassal? Ach, du bist gerade auch... Was? Ist der Level 2? Also, Doom-Bots gibt's momentan nicht. Nein, aber sie ist an den, sie ist an den, ähm... Sie ist... Genau, richtig. Ich bin weggekommen, weil sie mich kaputtet. Hier. Hattest du deinen Crew nicht mehr, äh, nicht ready, dass du wegsuppen konntest? Na, das ist ja schade. Ah, ja, Entschuldigung. Ähm. Wenn ich irgendwas angehabt hätte, dann hätte ich ja irgendwie Leben gehabt. Ich würde gar sagen, ich habe... Ich würde sagen, ich habe... Shunoka ist super, dass du ihn gefunden hast. Und ja, ich mache immer etwas, äh... Ja, ich will nicht sagen eigene, aber ich mache halt irgendwie so... Meine Route im Jungle. Ist nicht immer das Effizienteste, aber es funktioniert für mich. Sollen wir nochmal ihm oben auf den Sack geben, damit er... Ja, warte, ich brauche irgendwie ein bisschen Leben. Durch eben ein paar Versailen fressen. Alles klar. Da er immer noch kein Ward hat, sollten wir ihn... Fünf Sekunden. Okay. Keiner ist weg. Bei... Jetzt können wir... Alles klar. Wieso hat er kein Ward da auch kein Wissen zu kaufen? Und er versucht die gleiche Sache nochmal. Ja, genau, ne? Genau, aber weil er kein, äh... Kein Ward hat... Tod. Umgepiekst. Es ist auch keine Versailen da. Ne, ich denke nur, wenn keine Versailen da sind. Aus Sicherheit, aus Respekt, ja? Ja. Versailen sind eine Minderheit. Mehr Rechte für Versailen. Wir sind hier nicht bei dem Minderheiten, äh... Quartett. Das war lustig. Das müssen wir unbedingt mal wieder spielen. Das war echt lustig. Oh, ja. Guck mal. Ich geh mal back. Kennst du... Kennst du das Minderheitenquartett auch, Sebastian? Oder ist das nicht das, was ich denke? Ah, ne. Sorry, ich hab hier an, äh... Wie heißt das englische Spiel, was wir da gespielt hatten? Ne, es war was anderes. Against Humanity, genau. Cards Against Humanity ist auch total geil. Ja, daran hatte ich jetzt kurz gedacht. Ja, geht aber in die ähnliche Richtung. Deswegen, also wenn dir das gefällt, wird dir das andere auch gefallen. Ähm... Gart, schön, dass du da bist. Und ja. Wir sind... Ja, ich komm sofort. Meine Güte. Ja, wir sind so fünft. Eigentlich mittlerweile müsste man eigentlich, glaube ich, schon fast sagen, dass ich zu sechs oder zu siebt sind. Wir sind heute zu siebt. Ja, wir haben ein Hasi auf der Botland. Äh, Topland. Ich bin nicht krank. Ich kann sagen, mit dem Techniker sind wir acht, oder? Ja. Ich bin unterwegs. Also sind ein paar Leute. Ui. Ich muss zurück, sonst tötet er mich. Ach, ich hab ja auch ein Kranke. Läuft. Ich hab ihn verlangsamt. Du warst unsichtbar. Komm, mach mal den Rest. Ich hab keinen Warnack. Ich auch nicht. Jetzt können wir aber auch... Dann klaut er mir trotzdem die Last Hits hier. Aha, ich auch nicht. Myko, schön, dass du da bist. Hi. Wir wollten dich nicht unterschlagen. So, jetzt, bevor ich den Red mache, hole ich mir mal kurz das... Du bist zurück? Ja, ich bin zurück. Ich auch. Dann kann ich mir meine Wards holen. Wie läuft die Mitte gegen Heimer? Weiß nicht. Seine Türme nerven. Noch bin ich nicht gestorben. Also so geht's. Übrigens, kleiner Tipp, wenn du mit E die Minions triffst und vor allem entsprechend... Also das Glitzern, das geht auch auf die Minion-Türme, ne? Das wollte ich nur sagen. Rangun, kleiner Tipp, DB-Masters, also ganz wichtig, das S am Ende. Da besteht er drauf. Nein, weil ansonsten endet da halt einfach irgendwen anders. Das wär schlecht. Und wenn wir so... Ich sag mal, je nachdem wie viele wir sind, könnte man wirklich überleben, ob man Wii UR Games macht. Und wieder? Wie schon wieder? Ja, nein. Ach, hab weh. Wollen wir zu dürfen? Wir machen doch Wii UR Games meistens an unserer Haupt-Stream-Zeit. Oh, diese fucking Türme. Ich mach die Krabbe, dann komm ich zu dir. Schon mal ein paar Stack sammeln. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel, ruckel. Mach nicht so kleiner Druck. So. Können wir ran, oder? Wenn ich hier durchkomme, die Türme töten mich sofort. Warte. So, dann komm ich jetzt... Ja, das war... Ah, okay. Hm? Das war schlecht. Ich hasse das nicht. Ach, ich hasse da sein. Alles klar, kriegen wir bestimmt hin. Ähm, je nachdem wie das ist, weil es kommt ja gleich noch einer von unseren Jungs noch dazu. Dann könnte man wirklich überleben, ob man dann ein Wii UR Games macht. Fünf gegen fünf oder so. Das sind ja gerade... Da hat jemand mein Blue gemacht. Der Assi. Alter, Evelyn. Wer ist denn war das? Hätte ich jetzt fast mit gerechnet. Ich geh mal oben den, äh, bei denen wegnaschen, oder willst du den haben? Du kannst sagen. Was hat der da versucht, der mit seinem Anker? Weg, Sally. Will ich sehen. Ich sehe dich. Der ist weg. Nein! Der E war nicht ready. Nein! 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 Sonst wäre ich schneller rausgekommen. Ne, egal. Eben. Ex-Sally! Schön, dass du da bist. Wie lange brauchst du noch bis sechs? Ich habe Level sechs. Ach, fühle dich nicht immer angesprochen. Warum nicht? Ein Minion, zwei... Ein Minion. Da. Soll ich beim Teleport nach unten kommen, auf den Ward, dann können wir rangehen. Also, was ist genug da? Ja, ihr müsst nur halt ein Engage machen, damit die, äh... Ja, die gehen ja alle zurück, also... Ja, deswegen fragte ich ja, weil unten müssten wir einmal... Also, oben ist immer noch Mist. Achso, du willst, äh, einen Drachen... Genau, halt wegpushen, damit wir den Drake machen können. Äh, es wäre doch gut, wenn du mal herkommst. Meiner ist Wecker oder er ist Becker. Alles klar. Ah. Ja. Nicht schlimm. Dann würde ich sagen, lasst mal jetzt dann den Drake machen gehen. Hier ist Evelyn. Okay. War hier gerade. Ist aber direkt stiften gegangen. Na, dann beeilt euch mal. Ich hab' auf jeden Fall auch... Da ist Evelyn. Äh, kommt Nautilus? Und jetzt kommen sie alle. Oh, Gott. Ja, jetzt bin ich... Brauche ich gegen Heiberdinger Markieresistenz? Ja, ne? Boah, super. Hilfe. Schatzi. Ulti. Ich bin nicht in der Nähe. Nicht? Schade. Nein, ich bin in der Base. Ähm, das war eh... Ist auch Heimerdinger. Ich weiß. Ich komm' dir entgegen, Erik, aber... Verdammt, verdammt, verdammt. Fuck, 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 fuck. Ich komm' weg, ich komm' weg, ich komm' weg. Da ist aber auf jeden Fall ne Low Tristana, wenn du... ...da rein ehst. Wäre sie gewesen irgendwo da. Kommst du weg, Natalie? Ich bin weg, ich konnte mit dem E den Nautidus weghalten, zweimal, deswegen hat der Drake auch geklappt. Sehr gut. Und ich habe Evelyn getötet, es tut mir leid. Ne, wir haben den Drake, alles gut, alles gut. Die haben den Drake und die haben den toten Jungler. Dann komme ich jetzt entsprechend, ja die Evelyn scheint generell noch so ein bisschen, die hat die Klinge des Pierschers noch nicht ausgebaut und gerade mal die Schuhe. Damit ich auch die Geschwindigkeit des Junglers ein bisschen einschätzen kann. Ruben fehlt auch. Alles klar, ich komme dann in der Mitte helfen. Also mein Board hier unten ist ausgelaufen. So. Boah, du gleich. Ich komme ran. Kriegst du den? Kriegst du den? Gut. Flash ist weg von Triss. Alles klar. Flash ist. Weil sie hat gerade ganz gut gefressen. Hier ist Evelyn, die kommt gerade nach oben. Darius kommt auch runter. Vorsicht. Ich bin einmal mal eben weg. Okay, ich bin weg. Alles okay. Ich will mir ein besonderes Item kaufen. Ein ganz besonderes. Ja. So, mal gucken. Darius ist wieder da. Da ist Evelyn noch hier. Glaube ich nicht. Dann lass uns mal den Darius einfach dann machen und gehen wir weiter über River. Da liegt der hinten. Oh, wir suchen uns die Evelyn. Könnte aber sein, dass er gewordert hat, ne? Jetzt mittlerweile. Oder? Nein. Immer noch nicht so richtig. Also, ihr solltet uns ja gehört haben. Nehmt ja. Ja. Abgepingt. Christa den? Ja. Nein! Oh Gott. Ich dachte, der stirbt schneller. Ich hab immer noch ne Kack-Ab-Winkzeit. Und das hier? Chris fehlt immer noch. Ja, und das wundert mich langsam. Die hat vielleicht einfach keinen Bock mehr. Ah. Chris ist mal da. Meister Minz. Leider keine Links erlaubt. Hey Schäfchen, schön, dass ihr da bist. Ja, Evelyn kommt runter. Ich muss quasi gerade nur warm bei euch. Ganz runter? Einmal Dinger ist ein Freak. Ich hatte keinen Bot. Aber gerade nur bei euch in der Nähe. Bitte, oder Bot. Dann spar Mana für deine Ulti, damit du den einfach gleich wegziehen kannst. Ich hab nicht gerade benutzt. Achso, ja, dann komm ich gleich mit. Was willst du mir sagen? Ach, vielleicht ist sie wieder weggegangen. Und Schäfchen, bei uns ist alles fit. Bei dir? Ich verstehe nicht, was der Supporter mir sagen will. Wie, was würde ich denn sagen? Du hast ja ganz einfach mal was geredet. Sollen wir zurück? Mitte, Bot, was? Ja, weil... Bei Evelyn gerade bei euch im River war. Und sie sagte, unten im River. Ja, wo unten? Von der Top-Lane aus ist alles unten. Unter uns ist nichts. Von der Top-Lane aus ist alles unten. Also... Von der Bot-Lane aus ist alles oben. Drake in zwei Minuten, ne? Ja, dann geh ich mal zurück unter Wards. Äh... Nauti hat gerade gewordet da zum Fluss hin. Ah, der ist gerochen, dass ich gleich vorbeikommen will. Aber er hat oben gewordet. Er hat da gewordet. Okay, das heißt, über Triebusch kann ich noch kommen. Bei dem anderen habe ich zumindest ihn nicht hingehen sehen. Aber Nauti ist irgendwie wieder zurück. Warum auch immer. Ja, okay. Extra für Evelyn. Ein kleines Spielzeug mitgebracht. Das hört sich falsch an. Kannst du sie engagieren, damit sie... Ui... Ja, ich... Ich weiß, was jetzt... Ich sag, aber die kommen ja eh gleich entsprechend. Ich wollte gerade sagen, sie kommen ja zum Tower, weil... Das kann ich nicht aufhalten. Ja. Ich glaube, Darius ist auch weg. Da die aber jetzt noch nicht wirklich rankommen... Okay, ist doch nicht klar. Ich geh mal eben nach der Krabbe gucken. Ja, und dann können wir zu zweit gleich den Dragon machen. Weil solange ich hier unten bin, dann gehen sie vielleicht nicht. Aber jetzt sehe ich sie nicht mehr. Nein, Martin, hast du... Ne, gesteht nicht. Eventuellweise sind sie in den Dschungel gegangen, holen sich Gromp, um Gold zu kriegen. Weiß ich nicht. Hast du so ein Wort zum hier reinstellen? Ja, hab ich. Schäfchen, du musst doch an die Medikamente denken. Ich komme in die Mitte. Achtung, bin direkt hinterher. Da ist das Spielzeug der Äpfelchen gesetzt. Nice. Bitteschön. Danke. Ja, ich nehme an, die haben Gromp gemacht. Solange wie die weg waren. Ich lerne übrigens so langsam, wie man mit Fist die Kills vorbereitet, damit ich sie abgeben kann auch. 5 Sekunden, also 4. Leiser. Lautilus, Evelyn ist hier. Evelyn ist hier. Hilfe. Und Triss ist hier. Hilfe? Ja, ja, ich bin unterwegs. Ich bin auch im Tod. Ah. Hier unten sind 3. Ja, und auf den Weg nach unten. Holen wir uns den Drake. Äh, das wird schwierig. Ich bin so schnell, wie ich kann nicht unterwegs. Schatz, kommst du mit? Ja, noch nicht. Evelyn kommt da wieder. Gerade unsichtbar geworden. Können wir ran. Sehr gut. Ja, der Tower ist jetzt wahrscheinlich oben weg. Oh, ich versuch's mal noch, ihn zu retten, aber... Ne, das ist weg. Ich bin wahrscheinlich jetzt auch tot. Ja, dann renn nicht dahin, wenn du stirbst. Ich bin dahin geportet, um irgendwie den Film zu retten. Okay. Tja, wenn du unbedingt willst, Nautilus, mach mal, aber... Oh, Gott. Nein. Da ist noch ein Twitch, oder was? Heimatdinger. Ne, da kam noch ein Heimatdinger. Der Twitch gehört zu uns. Ach, Quatsch. Ach, du weißt doch, was ich meine. Oh, das war nicht viel, was die noch hatten. Oh, da will man. Ja. Also, es ist... Okay, ich seh schon, Drake muss noch warten. Ja, weil ich hab jetzt kein Leben, dass es in irgendeiner Form sinnvoll gewesen wäre. So, bin aber schon unterwegs. Ich hab auch Teleport noch ab zur Not. Also, der Drake hat direkt ein Ward drin. Vom Gegner oder von uns? Ist doch noch nicht so flott. Es geht mir nur darum, weil ich kurz warten muss, weil ich jetzt gleich... ...mach 10 Gold? Oder sollen wir Heimat in der Mitte kurz nochmal wegmachen? Auch anders. Oh, da ist Tana unter uns. Äh, unter mir zumindest. Ach so. Natürlich, die werden die ganze Zeit den Drake contesten. Pass auf. Ja. Ja, ich bin jetzt eh wieder tot. Ich glaub, ich brauch schnellere Schuhe. Könnte sein, ja. Sie sind offenweg zur Mitte. Sie sind offenweg wahrscheinlich zur Mitte. Das ist so. Ja, ja. Aber ich komm weg. Brauchen sie ja noch, oder nicht? Kommst du weg? Ich hab ihn verlangsamt. So, jetzt brauch ich auf jeden Fall Hilfe in der Mitte, um uns zu verteidigen. Ah, scheiße. Ich kann Ulti draufsetzen, dann ist er verlangsamt. Ich bin doch hier hinten gewesen. Das ist hier. Wahrscheinlich. Nee, das ist noch nicht. Nein! Und er kommt weg mit 100 Leben. Da ist Evelyn. Eigentlich dürfte sie jetzt nicht unsichtbar werden können, weil sie ist vergiftet. Erstens das und zweitens kann sie generell nicht unsichtbar werden, wenn sie zu nah an Gegnern dran ist. Ich kann zwar ran teleportiert kommen, aber... Pass auf. Schatz, Laser rein, Laser rein, damit die Minions weg sind. Boah, du machst aber Gutschaden schon. Eigentlich schon, ne? Ich komm per Teleport an der Seite. Ja, ich hab aber kaum noch Mana. Mein Problem. Und die Triss hat so viele Kills jetzt irgendwie gerade abgekriegt. Oh Gott. Ja, ich hab Nautilus hier irgendwo. Das Problem ist, ihr braucht den Drake unbedingt, damit ich die Stacks voll habe. Dann bin ich nämlich mit den Stacks auch soweit durch. Nautilus ist wieder unten. Boah, hat mich rangezogen. Ja, das geht da. Das kann er. Achtung. Darius ist auch auf dem Weg und Nautilus. Ach, scheinbar. Das tut er mich. Ich werde wahrscheinlich Matche werden jetzt. Ja. Sind alle? Okay. Acht, vier. Okay, ich hätte oben ein bisschen mehr Snowballen müssen dann scheinbar. Evelyn macht hier gerade... Ja, sie ist ja alleine. Sie hat den... Die hat die Runengleve, nicht den Verschlinger geholt, okay? Macht sie jetzt auch mal ein Red? Das wäre ärgerlich. Ich muss weg der Tauersfratze. Okay, ich komme hier unten hin und dann können wir gucken, ob wir die... Oh, da ist ein Darius noch. Der Wind spuckt hier oben irgendwo rum. Ja, ja, die war ja da gerade schon. Das muss ich gucken. Ja, mein Red ist scheinbar weg. Ja, da Nautilus und... Biss. Biss. Weil die hat gerade das gemacht, als ich hier war. Naja, habe ich gesehen. Da ist ein Nautilus. Die machen hier gerade was im River. Dann lasst mal jetzt groupen. Wir müssen jetzt entsprechend das ein bisschen besser aufteilen. Einmal ist hier drin. Ja, da ist auch ein Nautilus drin. Oder nicht drin, aber zumindest da unten, ja. Woben drüber. Ja, man ist da rein gelaufen, deswegen. Ja, wenn wir jetzt groupen, ich kann nicht... Ja, farmt dann wahrscheinlich auch nicht, oder? Obwohl Triss wird den Dschungel farm. Darius split pusht. Könnt ihr das aufhalten, weil dann gehe ich dir Darius holen. Dann wieder nach oben. Nee, hier ist keiner. Nee, ich mach schon, ich mach schon. Bleib du bitte bei der Gruppe. Ich habe keine Ahnung. Aber da war gerade keiner. Ihr könnt doch nicht einfach... Zufall vielleicht. Ja, aber nicht. Das ist ja ein Cast, den man setzen muss. Was sie da gemacht hat. Oh, scheiße. Der ist zwar gut runter, aber... Der ist schon ja weg, bevor wir da sind, oder? Na, der könnte noch da sein. Boah, wie schnell deportet der denn zurück, bitte? Weil ich komme jetzt erst dazu, meine Death-Items zu holen. Ja, jetzt ist Mitte... Äh, den Tower kannst du vergessen. Geh da weg. Da geht ein Turm, Dali. Now! Jetzt wird wieder mit der Gegend gepusht. Ich komme in der Mitte. Was? Wieso hat er den nicht getroffen? Er hat den Schlimmer. Du musst doch einfach nur gucken. Schleierde Todesfee. Items und so. Da ist ein Schutzschild. Was den ersten Spell abwehrt. Aber Triss kann jetzt unten alleine farmen. Das ist scheiße. Ärgerlich. Ja, wie gesagt, die haben jetzt den Map-Pressure. Die haben jetzt einfach den Vorteil. Die können quasi machen, wie sie lustig sind. Ich glaube, der hat Darius. Oh Gott. Da ist Trissana. Und Evelyn. Ja, die sind gar nicht mehr so das Problem. Eigentlich ist Darius das, was halt am schlimmsten ist. Pass auf. Eine Minute bis Drake. Darius ist oben. Drei waren da. Äh, pass unten auf. Die sind nicht mehr in der Mitte zu sehen. Eine Minute bis Drake. Sag dich gerade. Oh Gott, hier ist Evelyn. Ja. Ist wahrscheinlich weg zum River. Darius kommt. Lass uns jetzt zu dritt machen. Wir wollen uns nicht allein. Trissana kommt von hinten. Und wer blutest du noch? Kommt schon. Nicht mit der Bombe zu mir, genau. Komm schon. Nein. Das ist nicht wahr. Ich habe gerade noch E gedrückt. Nein. Äh, es kann keiner gerade zufällig gucken, was für eine Elo die Gegner haben oder so. Kann ich nicht. Welche Seite ist das nochmal? Darius von der Seite. Ja, tötet mich jetzt schon. Ähm, lolskill. lolskill.com oder .net oder so. Ich weiß es gerade nicht. Einfach lolskill googeln. Reicht ja. Ja. Ist das schon wieder ärgerlich. Drake ist ab. Die sind beim Drake. Ja, ja, die haben ja auch gerade in Bord gesetzt. Der dürfte jetzt aber auch so jeden Moment weg sein oder sie, äh. Er ist. Ja. Boah, jetzt habe ich gedacht, Erik wäre der Feind. Nee. Gott sei Dank nicht. Oh Gott. Schön. Danke dann. Tot. Hä, warum? Ach so, weil der ja vergiftet ist. Äh. Wixen. Nein. Oh Gott. Gold 1, Gold 1, Unranked, Unranked und... Warum haben wir doch gleich Goldgegner? Der Arius, ich kann das gerade nicht erkennen, entweder ist das, äh... Platin oder Silber. 3. Pass unten auf. Die könnten eventuell... Ja. Platin hat, äh... Platin hat so ein Steinchen da dran. Silber ist einfach nur die Farbe. Die 3 Flügel, ne? Müsste es Silber 3 sein. Und zwar Unranked. Egal was es ist. Die Frage ist halt einfach, warum kriegen wir bitte Goldgegner? Du bist zu hoch geranked. Quatsch, ich bin Silber. Jetzt kannst du auch nicht liegen. Und vor allem bin ich jetzt gerade erst noch abgestiegen von, äh... von Silber 4 auf Silber 5. Sorry, spiel nicht mehr mit mir. Das hat... Ich hab doch keinen Vorwurf gemacht. Oh, der ist der Asmos mit was zu. Mächtig, der. Keine Ahnung. Ja, das sind keine Anfänger. Das haben wir auch schon mitbekommen. Der Darius ist einfach... Der killt alles. Ich halte noch nicht genug aus. Tristana macht den Top Tower. Ja. Ach, ja. Ja, Heimerdinger, ja. Wir haben jetzt zu wenig Leute. Mach ich jetzt auch den. Kann ich an zwei Tagen gleichzeitig sein? Ja, ja. Dann geh jetzt, genau. Ich komm, äh, in der Mitte da. Hansi, mach das schon. Oder nee, ich geh um, entsprechend die deutsche Uhr holen. Ach, das bist du. Ich war gerade ausweichen. Die sind alles ein bisschen nervös, ne? Darius hat mich so oft getötet. Durch ein bisschen Vorsicht. Bisschen geprägt. So leicht. Lord Tower ist mir laut. Nice, Erik. Ich hasse diesen Wall-Dash. Aber ich glaube, der ist auch schon zu groß, dass ich da rüberkomme. Ich probiere es gleich mal aus. Lord Tower ist weg. Doch, es geht. Dann war ich einfach nur unfähig. Ich war jetzt gegen, oder? Evelyn war kurz in der Mitte zu sehen. Warum? Ne, zwei Minuten. Also Evelyn war da gerade. Evelyn war gerade hier unten mit Nautilus, als ich beim Tower war. Ja, aber als du zurückgeportet hast, war sie da. Ja. Also gerade keine Ahnung, in welche Richtung sie ist. Hast du jetzt eigentlich dein Item mal da voll? Ich hab mein Item voll, ja, ja. Boah, Hammer. Ja, das hab ich schon länger. Das hab ich schon seit fast zwölf Minuten voll. Du kannst übrigens auch mich einfach anklicken, dann siehst du, dass wenn da gelber Stein da ist und nicht irgendwie ne Zahl zwischen 1 bis 30, dann hab ich's voll. Anklicken ist ja viel zu langweilig. Wir sind hier in einem Stream, wir wollen reden. Hinter mir. Daniels war hinter mir. Ja, du kommst aber weg. Wollen wir den machen? Ich hab kein... Oh Gott, nein. Einmal zu in der Mitte. Boah, die ziehen mich immer da rein. Ja, natürlich. Dead Escape. Dead Escape Skills. Oh Gott. Und es war auf Kamera. Langsam leer nichts. Die Lenton war jetzt aber auch Gold wert. Langsam leer nichts. Ja. AD, AP, AP. Die haben sehr viel AP eigentlich. Verdammt. Ich glaube, da fällt noch ein Darius in dem Bus. Wir müssen jetzt gerade in unseren Dschungel hin gelaufen. Das Böse ist im Busch. Ja, das sind ganz viele böse Sachen im Busch. Wollt ihr aufhalten? Ja, das ist hart hier oben. Ja, ich geh hinten. Einmal ist wieder hier. Die ist... Die ist weg. Nein. Das gibt's doch nicht. Doch. Ich wollte gerade sagen. Boah, ey, ich war jetzt auch kurz. Wolltest du auch mal mitreisen? Ja. Oh, das war aber nicht mehr. Ja. Willst du wirklich, Heimi? Willst du wirklich? Darius ist noch nicht mehr zu sehen. Oder ist er jetzt im Tower noch unterwegs? Weil sonst pusht er den jetzt rein. Nein, Darius ist unten weg. Also, passt auf. Ich möchte schon wiederholen. Oh Gott. So, der ist tot. Da. Ich darf was sagen. Ich muss schnell weg. Drake ist ab. Drake ist ab. Deswegen ist Darius verschwunden. Der Stream gestern war noch... Verdammt. Der kommt hier. Der kommt da. Der war noch ganz gut. Kann jetzt eigentlich gar nicht groß was dazu sagen. Außer der war wirklich noch ganz gut. Hey, Badge-Girl. Schön, dass du da bist. Hi. Ich merke schon, heute Abend sind auf jeden Fall genug Leute da, dass wir dann auf jeden Fall mal schauen können wegen Viewer Games. Da kommen sie. Ja, ich komme in die Mitte wieder. Ich auch. Ja, pass auf. Warte, ich dachte, der ist gerade dahin abgebogen. So wie Triss jetzt gerade. Wird man sehen, Gott sei Dank. So, dann müssten wir eigentlich auf Triss uns konzentrieren kurz. Ja, das weiß ich nicht, weil jetzt gerade... So, ich muss noch der Pfeil ranziehen. Geht doch. Nice. Kommt schon. Ich bin nicht schnell genug. Ja, aber lass uns nicht in der Falle laufen. Hier müssen wir... Nein. Och, komm schon. Trade. Eins für eins. So langsam habe ich gefilterst Stärke. Kannst du mir helfen, Erwur zu machen? Okay. So, jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Magic Resist. Ach ja, die sehen mich ja hier. Ich sollt ihr weg. Ach ja, die sehen mich ja jetzt hier. Ja, aber da ist ein Wort von denen drin. Ja, ist es. Es sind ganz viele Seelen. Jetzt nicht mehr. Uh. Papa. Ja, das ist ja das Schöne. Unser Supporter kann im Endeffekt trotzdem immer noch stärker werden. Einfach von den Verteidigungswerten her als der Gegnerische. Weil er durch die Seelen halt devilt. Ja, ja, ich sehe schon. Nimm doch den großen. Du kriegst ja mehr Gold daraus. Ja. Ich will nicht mehr wegen uns in Gold führen. Wegen unserer Gold, Leute. Ah, er will den Wort machen. Alles klar, dann gehen wir ran. Ja, pass auf. Der zieht dann wahrscheinlich gleich. Ja, der ist ja langsam und kann so schnell rennen. Ja, jetzt gleich nicht mehr. So. Da war gerade ein Heimerdinger da. Batchco, das ist super. Weil ganz ehrlich, bei mir läuft es in den Ranks zur Zeit so gar nicht in die Richtung. Ich habe immer so Graupen, die dann anfangen irgendwie mitten im Game anzufieden. So blöd sie das anhört, weil normalerweise ich immer der YOLO-Engage-Typ bin. Genau, super. Ein schöner Treffer. Schönes Ding. Guck dir an, wie viel er schon verloren hat. Ja. Nice. Ach, Scheiße. Wow. Kommt er weg? Oh Gott. Ach, Scheiße. Der Flash von dem war. Also ich muss auch zurück. Ich bin besser. Achso, okay. Ja, deswegen, ich gehe schon zurück. Ich gehe schon zurück. Ja, okay, wir haben kein Wort da drin. Etwas kompliziertes so rauszufinden. Main Support. Ja, das kommt aber ein bisschen darauf an, ob dann der Supporter auch wirklich gut spielte oder nicht. Weil die Supporter, die ich bislang hatte, wenn ich es nicht selber spielen musste, war es schon... Ja, ich bin top. Ja, ja. Ich gehe bot. Bist du top? Ja. Nichts Interesse? Nein. Oh, Darius. Achso, ich komme zu dir. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die Supports, die ich bislang hatte, die waren immer auch echt scheiße. Äh, das nenne ich mal Clearen. Hm? Sieht immer so schön aus, findest du nicht? Wir hatten da jetzt so leise gesprochen. Weiß nicht. Habe ich? Hör ich mich leise an? Okay. Äh, pass auf, Darius da von oben unten. Mhm. Ja, er macht unseren Jungle. Ja. Alles klar, Bärtschko. Das nehme ich liebend gerne mal an. Achtung, Darius da oben. Ja, er hat unseren Jungle gemacht. Ich will hier nicht weiterkommen. Ich gehe mal eben fix einkaufen und komme dann sofort dazu. Okay. Äh, ich kann Darius fast nichts. Ja, der ist, der hat, das ist das, was total bekloppt ist. Der muss ziemlich auf, äh, runen gegangen sein. Also Deathrun. Brake ist wieder ab. Wahrscheinlich ist Evelyn unten alleine da schon beim Brake und macht ihn. Ja, das Problem ist, ich kann gerade leider nicht per Teleport hin. Ja, weiß, das können wir nicht. Soll ich ein Wort hinsetzen? Nein, nicht alleine hin, nicht alleine hinlaufen, das macht keinen Sinn. Also nicht als Supporter alleine hinlaufen, du hast, äh, hinlaufen, hinlaufen. Ich scheiß da mal zum Dre. Hallo. Okay, Drag weg. Mhm, das ist so knapp. Mhm. Soll ich jetzt zusammen hin, oder nicht? Guck mal da. Komm mal hinterher, äh. Hinter uns kommt Evelyn her. Ja, sagt das was. Nein, ich auch so. Nein, nein, du kommst weg, du kommst weg. Ja, und hier unten ist, Triss, die Gurke. Alles klar, bis gleich dann, Schäfchen. Wie viel Leben der auch regeneriert, ey. Aber bei so viel ist das gar nicht mal. Geht hoch. 30 Bordens. Na, ich brauch noch mehr Leben. Wie geil, obwohl du die Gegner nicht siehst, äh, kriegst du jetzt halt mit wie viele Minions sie in dem Moment killen? Ja. Was, wo steht das? Wenn du entsprechend auf Tab drückst, dann siehst du auch die Last Hits bei denen. Und da siehst du auch immer, wenn die auch, wenn sie im Schatten sind. Ja, dann ist das aktualisiert sich halt nur, wenn du sie eigentlich siehst. Ich hole mir unten die Gurke. Ja, wenn er nicht jetzt schon weg ist. Gedacht, oder? Nee, da ist er. Oh, da ist aber auch noch ein. Drei, zwei, eins. Weg springen. Und? Oh, ja, danke, dass der Fisch noch getroffen hat, ey. So. Puh. Darius pusht in der Mitte, jetzt pusht er in den Tower unten rein, also in der Mitte rein. Oder kommt Darius jetzt zu uns? Darius sieht so aus, als würde er nach unten kommen. Ja, passt unten auf. Aber Darius kann auch alleine nicht alles entsprechend töten. Ja, äh, die wollen eine Falle bauen. Wo sie drinstehen, das bringt aber nichts, da jetzt reinzugehen. Zumindest nicht nur zu zweit. Zu allen Seiten. Weg gerade. So, Darius schild ist schon mal weg. Ist mir doch schon mal egal. Oh, Schatz, du bist tot. Ja, ich weiß. Äh, LOL. Ähm, okay. What the fuck war das denn jetzt? Irgendwie sind die gerade an mir vorbeigelaufen, Alter. Geht doch. Problem war aber gerade, ich war auf der falschen Taste und habe mein, statt zu stunnen, habe ich sie geschildet. Oder zumindest versucht, sie zu schilden. Ich weiß nicht, was mich hier verlangsamt hat. Midtower? Ich würde gerade sagen, um mir zu pushen. Halt unten eben auf. Du meinst oben? Äh, ja. Ich sehe die Karte falsch rum. Ich gucke halt von oben nach unten. Ja, ja, gleich machst du auch den Bildschirm an, schon klar. Und meinst du jetzt? Fünf, 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 fünf. Du musst oben eben halten. Äh, passt auch. Das ist noch. Einfach weiterlaufen, einfach weiterlaufen. Tristana hat mich nämlich gerade gerettet. Bei mir hängt das zur Zeit, wenn ich den Shop öffne, irgendwie immer kurz. Hat das noch jemand? Nope. Das ist doch nicht wahr. Oh Gott. Ich habe kaum Mana. Ich kann mal eben einmal kurz zurück. Jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Baron. Wir sehen, wie weiter Drake ist. Loll, die haben... Äh, Baron, sorry. Dann könnte ich rein holten. Kommt ihr? Kommt ihr nicht? Hi. 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 Ultima, die haben hier ein Wort. Ja, ich wollte sagen Ultima, aber zu spät. Ich verwirrt, ja. Achso, Simon, ja. Haben Sie schon, das war gestern nicht schon. Meine was? Deine Stimme verwirrt sie. Oh mein Gott. Nein, ich war mal überlegen, wer jetzt so mittendrin, äh, reinkommt. Und, weil, äh, also Steven hatte ich das vorhin gesagt, dass er gucken soll, ob der Dream an ist, damit er kann. Gestern, gestern war es der Film an ist, damit er kann. Ja. Drake ist ab. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt contesten. Also, er ist jetzt ab. Den sollten wir schnell genug hinkriegen. Ach, wir halten hier auf. Ach, nein. Ich würde da nicht reinlaufen. Du hast keinen Revision da drin, in dem Blue. Da kommt nämlich schon Triss und ich weiß nicht, ob der jetzt auch noch da wäre. Oh Gott. Freck? Was? Hast du verstanden, warum nicht rein? Leck die Lantern an. Danke. Oh Gott, sagst, wolltest du gerade über das Ding jumpen und es hat nicht geklappt? Ja, und dann kamen auf einmal ganz viele Leute. Das habe ich mir. Kleine die Bette. Oh Gott. Äh, der Innipp in der Mitte. Habe ich mir fast gedacht, ich habe auch so... Okay. Das war süß. Ich hatte gehofft, die Lantern geht drüber. Gott sei Dank hat es geklappt. Oh Gott. Oh Gott. Unterwegs. Ja, Barron. Komm schon, der muss doch noch verbluten jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh verdammt, ich lebe noch. Nein! Nein, 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 nein. Okay. Oh Gott. War beteilbar. Jetzt sind sie zu weit reingelaufen. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin es alleine noch. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir Goldgegner oder teilweise sogar höhere Gegner als Gold kriegen. Oh, wir sind voll gut und so. Irgendwas ist doch mit unserer... Ja, klar. Jetzt konnten sie zumindest sehen, dass auch wir auf die Fresse kriegen. Selbst wir kriegen auf die Fresse Hände auch. Ja, das Aram war ja gerade... Ja, aber ihr ohne mich, ne? Nicht vergessen. Ja, stimmt. Simon, du bist schon wieder schuld. Ja, ich bin immer schuld, ne? Brösterchen, ne? Brösterchen erst mal. Wie, jetzt wollt ihr etwas sagen, das war Hasys Schuld? Nein, Simon. Ich bin Hasi. Okay. Gut zu wissen. Hast du extra das Hasenkostüm für deinen Nachbarn angezogen? Also das Hasenkostüm... Ach ne, das hab ich später hier liegen. Für andere Sachen. Ach so, okay. Aber fragen wir mal das andere... Fragen wir das andere...